Ich weiß nicht, ob es für YouTube steht, keine Ahnung, von Rukorti! Easy, Alter, was ist denn das für ein Level? Aber guck mal hier, ist doch voll simpel, ey, kein Problem. Auf und runter. Lass ich mich jetzt fallen oder springe ich jetzt da rüber? Ich muss nur gucken. Ich darf nicht zu hoch springen. Boah, jetzt muss ich mir hier bestimmten... What the fuck, wie viel... What? Was? Was ist das denn? Schnee! Oh nein! Oh, okay. Alter, das ist ja wohl ein schlechter Witz, was der hier mit einem macht. Yo! Warte. Boah, lecker mio! Ist das Level-Hübel, Alter! Jetzt komme ich natürlich immer da oben gegen. Boah, alter Verwalter! Ich lasse mich hier definitiv nicht lumpen! Ja! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie viel Luck auf einmal ist das denn bitte gewesen? Ja! Und das Level ist nice. Ich muss sagen, das gefällt mir. Ich muss wirklich sagen, das Level gefällt mir. Okay, die machen alle gleichzeitig. Das war zu spät. Neeein! Nicht du Wichser! Boah, das könnte reichen. Warum springst du denn nicht? Ich hab doch gedrückt gehalten! Okay, please. Und Bowser? Bowser, bitte! Überleg dir doch mal! Das hat nichts gebracht. Okay, das hat auch nichts... Alter, was denn da alles entgegenkommt? Ja! Ich muss da tatsächlich auf den Pisswitch drücken und dann da hinten hin. Neeein! Warte! Ja! 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 Brrrr! Brrrr! Ja! Ah! Mario! Number one! Boah, super nice Level. Muss ich ganz ehrlich sagen, Rokorti oder Rokorti oder Rokorti, Rokkorti, keine Ahnung. Ja, Daumen nach oben. Und zwar haben wir in der heutigen Auswahl einmal was von Rokorti, ja. Der, äh, tatsächlich hab ich schon mal ein Level von dem gehabt. Oder von ihr? Ihm? Ich glaub von ihm, ja. Gut, wenn Rokorti es so möchte, dann spielen wir eben die Ultimate Challenge Nummer 2. Ja, hatte der nicht damals schon mal so'n Anfang? Mit diesen, mit diesen Dingern hier. Da hab ich mich doch relativ drüber lustig gemacht, dass die so easy, äh, zu machen waren, ne? Aber da ganz ehrlich, Rokorti, was ist denn das hier schon wieder für'n Anfang? Da ist er voll für'n Lappen. Oh, jawohl! Und die, ja, alles klar. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt. Das war zu früh! Das war zu früh! Das war zu früh! Warten, springen, springen! Oh, nein! Das war schlecht. Ja, Mann, das war gut. Das war gut. So, und ja. Ich soll jetzt auf die Kanonenkugel und dann da durchspringen? Haha! Na klar! Oh! Das Timing von diesen roten Dingern. Das war fuck, wie ich das Timing jedes Mal verkacke mach! Fuck, da komm ich nicht mehr weg! Nein! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Boah, was zum F**k? Nein! Oh, ho, ho! Uh, uh, okay. Mann! Oh, okay, boah, ho, ho, ho! Ja! Oh, okay. Boah, legt mir die Cojones! Alter Verwalter! Okay, alles klärchen. Und jetzt? Mein Gott! Ist das hier verrecken? Leck mir die Nüsschen! Alter, warte mal. Ich muss jetzt erst mal hier hochkommen. Alter! Was ist das denn für eine Trollscheiße? Der prallt immer von der Digitze... Warte. Ich komm da nicht rein! Jetzt! So! Okay. Ja, Fähnchen! Das brauch ich aber auch. Ja, aber kein Problem. Das ist kein Ding. Scheiße! Seht ihr... Ho, ho, ho! Freiraum, perfekt. Die krieg ich bestimmt jetzt wieder... Ho, ho, ho! Ich lass deinen Fisch rauskommen, Mami! Aber ich wette mit euch, da ist noch ein anderer Block. Da ist noch ein anderer Block. Passt mal auf. Hier ist der Trollblock und hier daneben ist bestimmt der... Fick dich doch, ey, ganz ehrlich. Dann halt nicht. Wichser! Ja. Holy shit! Was geht denn hier ab? Ist das... Das erinnert nicht an richtig böse Zeiten, die da kamen? Nein! Okay! Okay, kein Problem! Kein Problem! Leute. Ach, komm, scheiß drauf. Ja, seht ihr? Geschafft! Geschafft! Ich bin Rekord, ich sage, du schaffst das Level nicht, Mami. Tja, war wohl nix. Easy Game, würde ich dazu nur sagen. Easy Game. An dieser Stelle natürlich, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Einsenden des Levels. Ja, warte mal, die ID wollte ich euch ja noch zeigen. Hier, die ID. Da könnt ihr das Spiel dann natürlich auch selber, beziehungsweise das Level auch selber ausprobieren.